Es ist entschieden. Donald Trump wird der 47. US-Präsident. Und der Republikaner hat die Wahl tatsächlich klar für sich entschieden. Klarer, als viele es erwartet hatten. Warum jetzt dieser Erdrutschsieg? Und wie wird sich die zweite Präsidentschaft von Donald Trump vielleicht von seiner ersten unterscheiden? Darüber haben wir im Podcast This is America gesprochen. Und als Update zu unserer Folge von Das bringt der Tag heute Morgen hören Sie jetzt hier die Einordnung unserer US-Korrespondentin Stefanie Bolzen. Es ist entschieden. Donald Trump wird 47. US-Präsident. Und der Republikaner hat die Wahl tatsächlich klar für sich entschieden. Klarer, als viele erwartet hatten. Warum dieser Erdrutschsieg? Und wie wird die zweite Präsidentschaft von Trump aussehen? Darüber sprechen wir jetzt hier bei This is America. Ja, heute sind wir hier in Berlin, ausnahmsweise mal in der Überzahl. Wilm und ich sind bei uns im Studio. Und Stefanie Bolzen ist uns wie immer aus Washington zugeschaltet. Hallo ihr beiden. Guten Morgen aus Washington. Um kurz vor vier. Ortszeit. Morgens. Ja, Stefanie, Harris hat die Wahl verloren. Vor allem aber hat Trump die Wahl gewonnen. Und das eben deutlich klarer als gedacht. Was waren aus deiner Sicht die Gründe dafür? Also erst mal müssen wir uns ja mal fragen, warum kommt uns das so vor, als hätte Donald Trump diese Wahl so klar gewonnen? Das liegt ja daran, dass wir durch die Umfragen den Eindruck hatten, es wird unheimlich knapp. Und vor ein paar Wochen habe ich eine SMS geschrieben einem guten Freund, der ein Meinungsforschungsinstitut leiteten, und habe gesagt, na, was ist so dein Gefühl? Und er sagte, ich bin vorsichtig, weil in diesen Umfragen, die wir machen, da ist ein Progressive Bias, hat er das genannt. Also das hat er so erklärt, dass in den Umfragen immer mehr, viel mehr Demokraten und Leute links der Mitte mitmachen, als vor allem Magerleute. Also Magerleute machen bei diesen Umfragen nie mit. Er hat mir dann schon geschrieben, er meint, dass das bestimmt drei Prozentpunkte sind, die Trump eigentlich höher liegen könnte, als es die Umfragen voraussagen. Also das zum einen, warum das jetzt so klar erscheint, wenn die Umfragen anderer gewesen wären oder realistischer, dann würde es vielleicht nicht so klar aussehen. Und das andere ist, wenn man aus Washington rausfährt, wenn man nach Arizona fährt, wenn man nach North Carolina fährt, wenn man nach Pennsylvania fährt, dann trifft man Leute, die einfach ein ganz anderes Lebensbild haben und in einer wirklich anderen Welt leben, als, sagen wir mal, wir jetzt hier an der Ostküste, was ja sehr europäisch ist, aber auch hier. Also wenn man hier lebt, in Amerika ist es unfassbar teuer. Die Lebensmittel, die Mieten, was die Leute zahlen müssen für ihre Darlehen und so weiter. Das ist halt, das Leben hier ist viel, viel teurer, als es vor der Pandemie war und unter Donald Trump. Und das, glaube ich, war der absolute Hauptgrund. Und darüber sprechen wir gleich auch noch. Und das hat Kamala Harris einfach auch falsch angepackt. Was ich persönlich spannend fand und finde, bei seinem letzten Sieg von Donald Trump gegen Hillary Clinton 2016, da war ja immer noch so ein bisschen dieses Ding, er hatte drei Millionen Stimmen im Wahlvolk weniger, was ihm dann auch immer wieder vorgehalten wurde. Aber diesmal im Vergleich, also das ist ja ein riesengroßer Triumph, er hat fast fünf Millionen Stimmen mehr auch im Popular Vote als Kamala Harris. Also im Grunde kann man dann doch sagen, die Amerikaner, die wollten ihn wirklich aktiv wiederhaben, oder? Ja, klar, die wollten ihn wiederhaben und aufgepasst. Wir kriegen ja jetzt auch noch irgendwann die Ergebnisse aus dem Senat, wenn das ganz klar ist, und aus dem Repräsentantenhaus und so wie es aussieht. Also den Senat haben die Republikaner sich schon zurückgeholt. Das Repräsentantenhaus, das könnten sie jetzt nicht nur nicht behalten, sondern auch noch eine größere Mehrheit gewinnen. Das war ja nur eine ganz knappe Mehrheit. Das heißt, also wir gucken jetzt in eine Zukunft ab 2025 bis Ende 2028, in der Amerika, und das ist ja eher selten, in den beiden Kammern und im Weißen Haus republikanisch regiert wird. Und nicht nur republikanisch, sondern auch noch mit Donald Trump und dem Senat und im Repräsentantenhaus mit vielen Magerleuten, also Hardcore-Republikaner, die wirklich seiner Ideologie anhängen. Und diese klare Mehrheit, die 70 Millionen Amerikaner Donald Trump und seiner Partei geben, daraus lässt sich schon ablesen, dass dieses Land in eine Richtung will, die wir in Europa vielleicht als schwierig empfinden oder teilweise in Europa als schwierig empfinden. Aber so ist die Stimmung hier. Und das hat auch viel damit zu tun, was die Demokraten hier, Joe Biden und Kamala Harris, in der Verantwortung alles falsch gemacht haben. Ja, wir gucken gleich nochmal ein bisschen in Zukunft. Lass uns noch einmal jetzt beim Wahl, bei der Wahlnacht, Wahltag bleiben. Ein Erdrutsch-Sieg war es ja auch in den Swing States. Auch da wurde viel darüber diskutiert, dass es da super knapp wird. Du hast es schon erklärt mit den Umfragen, was da vielleicht falsch gelaufen ist. Aber woran liegt es, dass Harris jetzt auch hier nicht punkten konnte? Hat sie ihre Wähler nicht mobilisieren können? Hat sie die Inhalte nicht rübergebracht? Sie hat es nicht geschafft, die Wählergruppen zu mobilisieren, die sie hätte mobilisieren müssen. Also vor allem war ja das Thema, dass Frauen aller Altersgruppen, angeblich durch das Thema Abtreibungsrecht, sehr angespornt waren, in die Wahllokale zu gehen. Das hat sie nicht geschafft. Dann eben auch hat sie es überhaupt nicht geschafft, Afro-American, also schwarze Wähler anzuziehen. Das hat nicht geklappt. Und besonders wehgetan hat ihr, dass die Hispanos sie nicht gewählt haben. Also das ist ja mittlerweile von den Minderheiten in den USA mit 15 Prozent die größte Wählergruppe. Und die haben sich ganz stark gegen Kamala Harris ausgesprochen. Da kann ich jetzt nur mutmaßen, es ist jetzt noch ein bisschen früh, da muss man ein paar Tage abwarten, bis da die genauen Analysen da sind. Aber die Hispanos, Schrägstrich Latinos, sind ganz stark, vor allem die Männer, da zu Donald Trump übergelaufen. Aus zwei Gründen. Zum einen, weil er eben konservativ ist, christlich. Und ja, dass er halt so ein Typ ist, auf den viele, vor allem Latino-Männer stehen. Und das andere, das mag jetzt kurios klingen, aber das ist das Thema Grenze und dass die Grenzen unsicher sind. Und ich habe ja selber, wir haben ja auch schon darüber gesprochen, über viele Migranten finden einfach, dass die Grenze zugemacht werden muss. Und dass da nicht noch mehr Leute kommen, die sie auf dem Jobmarkt und bei den Löhnen unterbieten können. Das ist ja auch eine Parallele zu 2016. Damals hat Trump mit seiner berühmt-berüchtigten Wall, dieser Mauer, die er zu Mexiko aufbauen wollte, das war ja ein wichtiger Faktor in seinem Wahlsieg. Jetzt hat er wieder im Grunde mit der Angst vor Migration, illegaler Migration, Wahlkampf gemacht. Und das ja erfolgreich. Das scheint also auch bei den Amerikanern ein Thema zu sein, was die Demokraten an der Stelle dann unterschätzt haben, oder? Ja, absolut. Also nach dem Thema Jobs und Inflation oder wie teuer das Leben geworden ist, stand Migration ganz oben. Und the border, also die Grenze, das ist ein Schlagwort, das Trump bei all seinen Wahlkampfveranstaltungen immer wieder benutzt hat. Und ich war ja jetzt wirklich, weiß Gott, bei einer ganzen Menge von Wahlkampfveranstaltungen mit Donald Trump. Das war sein Hauptthema. Das war auch ein Thema, wo ich teilweise den Eindruck hatte, dass es auch schon die Zuschauer da gelangweilt hat. Aber jeder Aspekt, wo er gefragt wurde in Townhall-Meetings, teilweise zu ganz anderen Themen. Er kam immer wieder auf das Thema Migranten zurück und Migrant Crime, also kriminelle Illegale. Und dann die Beispiele von jungen amerikanischen Frauen, die eben von Illegalen vergewaltigt und ermordet worden sind. Ich weiß nicht, wie weit das dann wirklich gezogen hat. Aber es hat auf jeden Fall eine Rolle gespielt. Und ja, es ist eben dieser Kontrollverlust. Also die Mehrheit der Amerikaner hat heute gesagt, wir haben hier zu wenig Kontrolle über das, was in unserem Land passiert. Was die Migration angeht, aber was auch die Erziehung von Kindern angeht. Was das Gesundheitswesen angeht, was unsere Grenzen angeht. Was die Kriege in anderen Regionen oder in anderen Weltregionen viel mehr angeht. Und damit muss jetzt Schluss sein. Und Donald Trump ist der Mann, der das garantieren kann. Bei seiner ersten Ansprache nach dem Wahlsieg wirkte Trump ja aus meiner Sicht zumindest im Vergleich zu den Wahlkampfveranstaltungen selten ruhig. Und da hat er unter anderem das hier gesagt. Und für alle Bürgerinnen, die ich für Sie kämpfe, für Ihre Familie und für Ihr Zukunft. Und für jeden Tag kämpfe ich für Sie und mit jedem Blut in meinem Körper. Ich werde nicht resten, bis wir die stark, safe und prospere Amerika haben, die unsere Kinder und die Sie deserve. Das wird wirklich die goldene Zeit der Amerika. Das ist das, was wir haben. Stefanie, wie hast du seine erste Rede wahrgenommen? Es war eine Mischung. Also es war teilweise ein bisschen staatsmännisch. Das hat ihm wahrscheinlich sein Team aufgeschrieben. Und dann war es aber auch wieder eine reine Wahlkampfrede, wo man gedacht hat, hey Donald, die Wahl ist jetzt vorbei. Du brauchst jetzt nicht nochmal dieselben Argumente vortragen, die du in den letzten anderthalb Jahren vorgetragen hast. Dieser Appell an die Einheit und das goldene Zeitalter für alle Amerikaner und so weiter. Ich meine, da müssen wir natürlich total skeptisch sein. Das hat Trump nach seinem Wahlsieg 2016, beziehungsweise dann bei Amtsantritt im Januar 2017 auch versprochen. Und von Einheit hat man da nicht viel gemerkt. Im Gegenteil. Also auch wenn man sich allein die Statistiken anschaut, ist der Graben zwischen den Amerikanern auf der sozusagen der linken und der rechten Seite oder der progressiven und der konservativen, wie man das auch nennen mag, Stadt und Land, zwischen den Geschlechtern, zwischen den verschiedenen Hautfarben, ist der Graben immer größer geworden. Daher auch vor allem im Hinblick auf das, was er im Wahlkampf gesagt hat mit the enemy from within, also der Feind im Inneren. Wir müssen wirklich abwarten, was er macht, wenn er einmal Präsident hat und dann auch so eine Vollmacht hat. In beiden Kammern und im Weißen Haus mit seiner Exekutivgewalt, was er da alles anstellen wird. Und ob er dann wirklich diesen Rache-Feldzug, diese Vendetta durchführt gegen alle, die sich mal kritisch gegen ihn geäußert haben. Und wenn er das tut, wie soll er denn dann eine Einheit und eine Einigkeit in der gesamten Nation herstellen? Du hast jetzt diesen möglichen Rache-Feldzug schon angedeutet und eben schon gesagt, dass eben ganz viele Magerleute jetzt auch im Kongress sitzen. Gibt es denn bei den Republikanern überhaupt noch gemäßigte Stimmen, die einen Donald Trump, der ja jetzt im Grunde durchregieren kann, überhaupt noch einhegen könnten, theoretisch? Das werden immer weniger. Und viele von den, sagen wir mal, traditionellen alten Republikanern, die gehen jetzt auch von Bord, ob das jetzt mit Romney ist oder Mitch McConnell. Also diejenigen auch, die wichtig waren für das transatlantische Verhältnis und für die Garantie oder die amerikanische Garantie einer europäischen Sicherheit. Die gehen von Bord und man hat immer mehr Leute wie Mike Johnson, den Sprecher im Repräsentantenhaus oder Matt Gatz, Marjorie Taylor Greene. Also die Schreihälse am Magerrand, die man immer lauter hören wird, wie weit das dann abwandert, wie krass das dann wird. Also es wird sich zum Beispiel daran ablesen, ob es wirklich dann ein nationales Verbot der Abtreibung geben wird. Das ist, glaube ich, das wird die Kernfrage, ob Trump sich darauf einlässt. Und wen man da ganz, ganz, ganz stark auf dem Radar haben muss, ist J.D. Vance. Ich glaube, J.D. Vance, der spielt jetzt schon eine große Rolle und der wird auch in der Regierung von Trump eine Rolle spielen. Der rückt die Parteien noch weiter nach rechts. Wer ihm zugehört hat, gut im Wahlkampf, der hat halt gesehen, dass er erzkonservativ ist, aber sehr, sehr klug und unheimlich gut manövrieren kann. Und da darf man gespannt sein, welche Art von Politik sich die beiden dann noch einfallen lassen. Du hast ja schon einiges angedeutet, was auf uns zukommen könnte. Was glaubst du denn, inwieweit wird sich jetzt die zweite Präsidentschaft von Trump von der ersten nochmal unterscheiden? Naja, es ist ja kein Geheimnis, was auch schon alle geschrieben und gelesen und gesagt haben, ist, dass er anders als in der ersten Präsidentschaft jetzt besser vorbereitet ist. Er war schon mal vier Jahre im Weißen Haus. Er weiß, wie das läuft. Er weiß auch, woran es liegt, wenn es nicht läuft, wie er will. Was ja damals der Fall war, weil eben so alte Schlachtrosse um ihn herum waren und die haben immer wieder das Schlimmste verhindert. Also es gibt ja dann diese Anekdoten, wo er dann irgendwie aus der NATO angeblich aussteigen wollte. Und dann haben ihm seine Berater irgendwie gesagt, wir machen das hier alles schon, der Präsident, steigen Sie schon mal in die Air Force One und wir machen hier noch schnell die Papiere. Und dann ist er schon losgeflogen, dann stand dahinter was ganz anderes, als er eigentlich wollte. Also die haben ihn auch ganz schön teilweise über den Tisch gezogen, um irgendwie noch das Schlimmste zu verhindern. Und das wird in der neuen Präsidentschaft Trump nicht mehr der Fall sein. Und da werden viele Leute auch Einschluss üben aus sehr konservativen Kreisen, sei es aus der Heritage Foundation, aus der Pro-Life-Bewegung. Inwiefern, was natürlich für uns in Deutschland und Europa wichtig ist, wie sich das auswirken wird auf die Sicherheitsgarantien, die die USA uns geben und auch in der NATO geben, das würde ich erst mal abwarten. Da wäre ich auch vorsichtig. Und es gibt ja auch, finde ich, positive Dinge, die Donald Trump in dieser Hinsicht getan hat. Eben darauf hinzuweisen, dass die USA nicht mehr sämtliche Militärausgaben in der NATO stemmen werden. Und klar, es war mehr der Ukraine-Krieg, dass Deutschland zum Beispiel endlich mal so ein bisschen die Kurve bekommen hat. Aber es war auch Donald Trump. Ich glaube nicht, dass er aus der NATO aussteigen wird. Aber es wird natürlich für die NATO alles viel schwieriger und vor allem weniger planbar. Und das ist für ein Sicherheitsbündnis natürlich ein Riesenproblem. Zum Abschluss hätte ich noch eine Frage, die bei Joe Biden immer wieder thematisiert wurde und weswegen er ja dann auch ausgestiegen ist. Und zwar sein Alter ist jetzt 78, wird im Sommer 79. Und wenn man sich seine Reden anhört, das war jetzt heute bei seiner Rede auch wieder zu merken. Also nach zehn Minuten, Viertelstunde schweift er völlig ab, holt dann da einen Golfstar auf die Bühne, um den kurz abzufeiern. Lässt dann Dana White sprechen, der da für dieses Martial Arts, UFC-Ding da von der Präsident ist. Und holt dann im Grunde seine Freunde nach und nach auf die Bühne und lässt die mal sprechen. Und schweift von jedem politischen Skript im Grunde komplett ab. Kann er alleine denn überhaupt auf so eine kohärente Art regieren, mal ganz plakativ gefragt? Also dass Donald Trump abschweift, das ist vollkommen normal. Wenn man da zwei, drei Stunden in seinen Wahlkampfveranstaltungen sitzt, dann meandert der nur durch die Gegend. Der ist halt kein Politiker der alten Art, der ist ein Entertainer, der ist ein Freestyle-Politiker. Und fairerweise, der hat einen hammerharten Wahlkampf hinter sich. Der hat im November 2022 angekündigt, er würde wieder kandidieren. Und seitdem ist der Mann auf der Straße. Der hat jetzt in den letzten Wochen teilweise drei oder vier Wahlkampfauftritte in drei verschiedenen Swing-States am Tag gemacht. Also ich muss sagen, für 78 ist der Typ richtig, richtig fit. Natürlich sieht der müde aus. Ich glaube, wir sehen jetzt alle ein bisschen müde aus nach diesem Wahlkampf. Das ist halt seine Art. Da kommen dann seine Freunde auf die Bühne. Und ich glaube, das ist auch Teil dieses Erfolgrezepts. Diese drei Stunden, die er da mit Joe Rogan gesessen hat und nur geplappert über der und der UFC-Fighter. Und hast du gesehen, wie der den irgendwie da irgendwie halb umgebracht hat? Und das ist so eine, das ist eine Art Popkultur, in der Donald Trump Wahlkampf gemacht hat. Und damit hat er ja auch genau die Wähler gebunden und gefunden und für sich gewonnen, die er brauchte, um Kamala Harris zu besiegen. Vor allem eben junge Männer, die vorher nicht gewählt haben und die jetzt alle wählen gegangen sind. Also deshalb, ich würde da jetzt, ob er davon jetzt nicht ableiten, ob er dann da im Weißen Haus eine kohärente Politik macht. Das ist was ganz anderes. Ich glaube, da müssen wir eher dahin gucken, welchen Impuls er am Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag verspürt. Ja, ich glaube da, oder ich hoffe, wir werden diesen Podcast noch weitermachen, weil wir werden so viel zu besprechen haben. Und wir werden so viele News von Donald Trump bekommen. Ey, Baby, Drill, Baby, Drill, sage ich nur. Drill, Baby, Drill, das wäre jetzt natürlich der perfekte Abschluss für diese Folge. Eine letzte Frage aber noch, Stefanie. Wie geht es denn jetzt in den nächsten Tagen weiter? Harris will sich ja heute erst mal nicht mehr äußern. Was passiert in den nächsten Tagen? Ja, das war echt ein Moment am Dienstagabend, ganz spät. Oder es war, glaube ich, dann auch schon Mittwochmorgen hier, als die Meldung kam, dass die nicht hier in die Howard University kommt. Und ihr Sprecher da wie so ein nasser Hund ans Mikrofon musste und sagen musste, Oh, sorry, Kamala kommt heute Abend nicht mehr. Da war klar, das Ding ist echt gelaufen. Und hier in Washington, ich war, bevor ich hier in den Newsroom gekommen bin, kurz bei der Washington Post bei einer Wahlparty, da war die Stimmung auch schon so ein bisschen gedrückt. Und dann bin ich hier durch die leere Stadt gefahren. Es war ganz dunkel, überall Polizei. Wirklich in jeder Straße, ganz viele Absperrungen rund ums Weiße Haus. Es ist wirklich wie Fort Knox. Und jetzt ist hier so Vakuum, weil Trump hat gewonnen. Alles ist gut. Es gibt keine Riots. Es gibt keinen 6. Januar. Es gibt keine brennenden Wahllokale und keine Nachzählungen. Es ist jetzt alles prima. Alles ist prima. Das ist ein schönes Schlusswort, denke ich. Du hast es schon gesagt, Stefanie, mit einer zweiten Präsidentschaft von Donald Trump wird es sehr viel zu besprechen geben. Dieser Podcast wird auf jeden Fall weiterlaufen, denke ich. Und der wird sich auch in den nächsten Tagen weiter um die Lage natürlich kümmern. Und wir werden weiter darüber sprechen. Wir werden weiter beobachten, wir, Antonia und ich, aus Berlin. Stefanie, du natürlich aus Washington. Wie es sich weiterentwickelt. Was wird Kamala Harris sagen? Wie wird Donald Trump weiter agieren? Und Sie müssen natürlich auch mit dabei bleiben, liebe Hörerinnen und Hörer. Insofern hoffen wir, dass Sie uns sofort abonnieren, damit Sie auch keine Folge verpassen. Und für heute sagen wir erstmal Tschüss aus Berlin. Und Stefanie, du gehst jetzt verdientermaßen hoffentlich schlafen. Ja, wenn ich schlafen kann. Ich bin viel zu aufgedreht. Bis bald. Tschüss. 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 Vielen Dank.